Das heisst, wir wollen eine international abgestimmte Lösung. Und das ist der Gegenvorschlag bietet, in dem wir eben die EU-Richtlinie, Corporate Social Responsibility, ist Schweizer Recht überführt, Konfliktmineralien-Richtlinie, die nächstes Jahr in Kraft treten wird. Und da sind wir bei den Leuten, wir haben gleich lange Spiess, und dann glaube ich, da sind die Unternehmungen dabei, da ist auch der Bundesrat dabei. Aber wir wollen nicht den Standort der Schweiz einseitig benachteiligen. Soll der Schmitt 어때? Das muss man irgendwieỏ ansّle auch an sagen. Soll das 할래. Das händerte. 4-5 Minuten sind eing Est PC. Die ersteteile vor dem Motten, Ich finde, das noch nicht so recht. das viele minute… Vielen Dank.